Friedrich von Egeln war preußischer Generalleutnant, Chef des Kyrasia-Regiments Nummer 8 sowie Amtshauptmann von Uleckow. Leben, Herkunft Er entstammte einer bürgerlichen Familie und war der Sohn des Kaufmanns Friedrich Egeln und dessen Ehefrau Elisabeth. Militärkarriere Egeln ging 1674 in brandenburgische Dienste und kam als einfacher Reiter in das Regiment der Flinger. Er zeichnete sich im Krieg gegen Schweden in der Schlacht bei Fairbillen und bei der Landung auf Rügen aus. So wurde er 1682 Leutnant. Im Pfälzischer Erbfolgekrieg kämpfte er bei der Belagerung von Bonn sowie in den Schlachten bei Fleuris und Nährwinden. Am 23. Februar 1692 wurde er dann Rittmeister im Regiment Sandsfeld. Am 28. Januar 1703 wurde er Major sowie am 9. Juni 1705 Oberstleutnant. Während der spanischen Erbfolgekriegs kämpfte Egeln bei Ramelis, Udenade sowie Malplaké und wurde am 23. November 1709 zum Oberst befördert. Außerdem ernannte man ihn zum Kommandeur des Regiments Albe. Nach seiner Rückkehr aus Holland nahm er am Pommernfeldzug 1715-1716 teil und kam 1716 mit seinem Regiment nach Halberstadt. Am 25. Mai 1717 kam Egeln nach Neidenburg und besichtigte Aufweisung von König Friedrich Wilhelm I. die dortigen Kavallerie-Regimenter. Kurz darauf nahm er mit seinem Stab in Leuk Quartier und besichtigte weitere Regimenter. Am 24. November 1717 wurde Egeln zum Kommandeur des Regiments Derflinger ernannt. Ein Jahr später erhielt er das Kommando über das Regiment von Katte. Dort wurde er am 28. Januar 1720 Generalmajor. Am 15. April 1723 gab ihm der König die Stelle als Chef des Regiments Diewitz. Außerdem beförderte er Egeln am 6. Juli 1724 zum Generalleutnant. Am 18. Juni 1727 tauschte er mit Genehmigung seine Amtshauptmannschaft von Kohlberg gegen die von Oletzko, die bis dahin der Generalleutnant Dünnhof inne hatte. Am 15. Oktober 1734 limitierte Egeln mit Pension. Familie Er heiratete 1680 Regina Schwammer aus Tilsit. Sie verließ Egeln nach dessen Standeserhöhung, da sie der Meinung war, dass sich eine solche Beziehung nicht schicke. Das Paar hatte keine Kinder. Egeln vermachte ihr 40.000 Gulden, Silber und Hausgerät. Der Rest seines Besitzes ging an die Kirche und das Hospital in Fischhausen sowie an seine Bediensteten. Bereits 1688 hatte er das Vorwerk Arende bei Tilsit gekauft.